ich möchte nun einmal zeigen wie man ein paar körper zeichnet das raster habe ich aktiviert und jetzt füge ich einmal hier oben noch ein paar schaltflächen flächen hinzu und zwar einmal vertikal spiegeln das setze ich hier ganz ans ende und dann noch einmal horizontal spiegeln das kommt dann noch unter und dann kann ich schon loslegen ich zeichne zunächst einmal ein kreisbogen von zwei zentimeter durchmesser und jetzt habe ich den kreisbogen dann minimiere ich die höhe und die höhe setze ich dann auf einen halben zentimeter und dann dupliziere ich das und das hat er nicht passiert jetzt dann spiegel ich das einmal und setze das hier einmal an dann zeichne ich einmal zwei striche und das obere konstrukt das dupliziere ich jetzt einmal nach unten und klicke auf die hintere linie da da ja irgendwie kann er jetzt gerade nicht erkennen jetzt ändere ich die linienform auf doppeltstrich und schon habe ich meinen körper gezeichnet und das kann ich jetzt auch noch einmal einmal verwenden indem ich das hier dupliziere und so ein körper zeichne oder dann noch einmal eine kugel oder oder dann noch mal ein würfel auch hier könnte ich jetzt ein rechteck benutzen aber weil ich die linien später wieder einfärbe nehme ich vier einzelne striche und dupliziere das jetzt einmal und zeichne dann und zeichne dann die kanten ich kann jetzt hier auch den pinsel nehmen und kann das dann übertragen da habe ich einen fehler gemacht das ist die falsche kante notierung übertragen nochmal raufklücken und schon bin ich fertig falls du fragen oder anregungen hast oder einfach nur material austauschen möchtest freue ich mich wenn du auf meinen server bei desort kommst mathe mit draw den link zu der einladung den findest du unter dem video und dann